Herzlich Willkommen zur 89. Folge vom Cobalt Space Programm. Ja, der Dralo hat mir geantwortet und er sagte, das wird mit der Rakete wohl nicht klappen. Wenn man die auch anguckt, dann sieht man auch, dass ich da die Beine nicht dran habe und so was. Deswegen müssen wir das Ganze nochmal neu aufsetzen. Was ich jetzt hier sehe, ist es irgendwas anders hier. Irgendwas hat sich hier verändert. Das habe ich doch hier sonst noch nie gehabt, oder? Hat sich da automatisch ein Update eingespielt oder sowas? Kann das sein? Ich glaube ja. Ja, ich habe hier auf jeden Fall keins installiert. Das sieht jetzt hier danach aus, als ob da was... Das ist jetzt mehr neu. Ich weiß nicht, wie das da hinkommt. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Ja, gut. Wir müssen auf jeden Fall eine neue Rakete bauen. Die alte funktioniert jetzt nicht mehr, weil... oder soll nicht funktionieren. Ich habe da aber nochmal überlegt, dass wir hier bestimmt irgendwo noch ein Bauteil haben. Stopp, da war es schon. Hier unten. Das ist unser Bauteil, was wir brauchen, ne? Da können wir nämlich drei nebeneinander machen. So, dafür müssen wir aber jetzt erstmal hier das aufbauen, dass wir oben das alles haben. Achso, das würde er jetzt nicht reichen. Da muss erst ein Hex drauf, den haben wir hier in mir. Dann... ...müssen wir da... ...Solarzellen noch dran haben. Die sind da, und... Ist mal ein 6, ne? Ja, ja. Ich glaube schon. So sind 6, ne, oder? Sollte passend sein, oder? Ja, passt so. Sechse da dran, ne? Dann... ...brauchen wir den Parachute. Und passt. Dann brauchen wir noch eine zweite Kapsel. Oder wir machen das mit nem... Ich sag schon... ...dazwischen... ...haben wir das schon? Weiß ich jetzt gar nicht. Die Kappler, ne? Die Kappler, ne? Ne Docking wär das. Aber die haben wir, glaub, noch gar nicht, ne? Ne Docking. Was ist das hier? Ach, ne Batteriebank. Die sollten wir vielleicht... ...dazwischen hinbauen. So. Äh... Ja. Und wir brauchen zwei Fallschirme von der Sorte. So. Das müssen wir nicht scrollen, geht nicht reinzoomen, sozusagen. Doch geht schon. Aber nicht so, wie ich das mir vorstellte. Ähm... Die Tür dann aber zu. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann sollen wir mal daran arbeiten. So müsste es gehen. Haben wir. Dann... Dann... ...hatten wir gesagt... Baterie per Kamba... ...s irgendeine absolutely... ...k Rio! Mal lösen... aber wahrscheinlich erst an der anderen stelle und hier haben wir einen thermometer einmal nur dran so wohl das machen wir bis an der zweiten kapsel fest sollten wir jetzt mal darunter machen ja passt dann noch mal zum thermometer dort dahin und das barometer auf die immerseite gut das haben wir was sind hiermit können den auch mitnehmen würde ich schon gerne mitnehmen aber dann müsste das thermometer woanders hin mach mal so zwei davon so jetzt ist er da so reingebauten ob das funktioniert da einfach übernommen so der muss irgendwann so anders hin so würde ich es machen geht noch einmal zu viel hier muss jetzt ein tank drunter sein da ist der tank groß ist denn der passt schon ne und ein triebwerk ein triebwerk ne da nicht da und da brauchen wir dann beine daran das waren die da drei von so und die kann man auch einbauen so achso wir müssen noch ganz schnell nach da oben und hier monopropolen raus ne da das gleiche auch und das war dann noch so ein options aktiv steht hier passt erstmal oder So, das war das, und da drunter kommt ein D-Körper, den wir dort finden, so hin, gut, und da drunter kommt der, und da drunter, so, wieder raus und wieder, und da drunter kommt dann eine Geschichte in dieser Formel. Jetzt macht er schon drei von alleine, ne, genau. Da, da, und ich klopfe noch eine. Da. So, dann nochmal konstruktionsmäßig das dahin. Und zwar von da. So, das ist ein bisschen tricky, das weiß ich noch. Der andere macht jetzt. Das sieht nämlich so schlecht aus, ne. Ich glaube, da sind wir wieder rein. Nehmen den nochmal ab. So. Ich glaube, jetzt sieht das besser aus, ja. Und das gleiche machen wir hier nochmal da in der Mitte. Wenn es wackelt die Kiste so sehr. Ja, da ist gleich gut. Ich glaube, das sieht auch gut aus, oder? Denk ich mal. So, hier unten muss noch ein Triebwerk dran, ne. Äh, da. War das jetzt das oder das? Was will ich über das? Drei Stück. Das passt. Die ganze Rakete kann ein Stück tiefer. Zum Teil was angewählt. Völlig gar nicht. Und weil hier ist irgendwie auch noch was faul. Das ist noch alles zu kurz, ne. Okay, da müssen wir noch eine Stufe mehr einbauen, denke ich. Und das ist die Landegeschichte. Das heißt, da geht es nochmal runter. Oder? Äh, schwierig, ne. Ne, das ist schon passend so. Ja, denke ich schon. So, und jetzt. Die Koppler da dran. Die finden wir hier. Ich bin da so dran. Drei Stück. So. Dann gehen wir hier nochmal hin. Ah, da. Da haben wir hier ausgewählt. Jetzt habe ich es ausgewählt. Und ich glaube, jetzt ist es wichtig. Sieht gut aus, oder? Gut. Und. Nose Counts wollen wir da drauf machen. Dann, das ist hier. Und dann brauchen wir noch... Hm. Diese Luftleibnächer, ne. Jetzt sind sie ja dran als sauber, ne. Ich weiß nicht, ob das so klappt. Ach, sieht erstmal gut aus, oder? Ja. Tja. Jetzt müsste ich mal mal da reingucken, was der Talo da geschrieben hatte noch so. Ob ich nicht was vergessen habe. Äh, MK16, HEX16, Männer können ohne Wupporte, äh, 100 Meter Batterie, Barrow, Antennen, Antenne fehlt uns. Antenne fehlt uns. Oh, ja. Ich glaube, da reicht einer. Und. Letztes Schild haben wir hoffentlich darunter gemacht, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Hier. Kann ich das so erkennen. Ne. Ich glaube, das Hitzeschild ist nicht dazwischen. Gut, dass wir nochmal geguckt haben, ne. Ja. Hitzeschild. Die Köppler. Ist da. Ne, da. Haben wir. Terrier war das, ne. Ja. Jetzt ist die Frage, ob das hier reicht. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir machen da noch einen Tank mehr hin, oder? Ich glaube, wir machen da noch einen Tank mehr hin, oder? Ich bin der Meinung, dass wir dieses hier nochmal anders machen. Und zwar. Diesen. Da hin. Da hin. jetzt sieht man aus, wenn der ausgefahren ist. Das müsste gut sein. Dann. Den da dranne. Ah, ne. Den nicht da dranne. Da nochmal. zwei von denen, oder? Die. Einfahrend, ja. So. Dann. Nochmal. Ein Triebwerk. So. Jetzt müssen wir aufpassen, dass es stabil genug alles ist. Und die Köppler fügt nun dann noch. Dann. 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 geht so und dann mit der stufe ja ich glaube so ist das wie ich das mal machen möchte jetzt müssen wir hier rechts noch sortieren dann gehen wir mal hoch und den los machen dann soll der auch starten ja das Triebwerk ist da das sind die anderen Triebwerke die ich da jetzt gerade sehe das bedeutet dieses muss da rein und der Dekoppler muss auch da rein der und der genau die starten da unten und das also die drei starten die feststoffakleten starten mit dem Haupttriebwerk zusammen ja dann das absprengen und dann geht es da so weiter genau so sieht das aus so und jetzt die bleiben auf 100% und die müssen wir verändern irgendwie so 1,5 oder passt so 1,5 Stube 4 äh 1,2 4,7 ich hoffe das geht so gut so wir starten das ganze mit dem und dem Triebwerke fliegen hoch die trennen wir ab in der Stufe passt das fliegt weiter ist die Frage ob das müsste aber die trennen das fliegt weg dann trennen wir das noch passt dann kommen wir irgendwann die Schirme und zurückkommen wollen das sieht alles gut aus Instrumente haben wir dabei Antenne ist dran da sieht alles danach aus als ob das passieren könnte es ist nur die Frage ob dieses Teil nicht umkippt und deswegen sollten wir vielleicht besser so arbeiten oder? könnte sein dass mir die Luftleitfläche wegfliegen oder? ja ne ich glaube das geht das ist weit genug weg gut haben wir mal kurz hier so eine Kontrolle machen Schwerpunkt ist da wo die Triebwerbsleistung ist zentriert und das ist auch ziemlich weit unten aerodynamische Schwerpunkte oder sowas keine Ahnung was das heißt sieht doch gut aus oder? da rescue mun vor 3 save so jetzt müssen noch die Worte da raus der muss weg der muss weg und zurück haben wir irgendwas vergessen? ich glaube nicht das passt so ich probiere es mit der jetzt dann so zu sagen gucken wir hier nochmal die Werte so das ist ja sehr interessant ob wir es schaffen oder nicht sehen wir dann wir fliegen erstmal da hoch bis wir den Kollegen aus dem Moon Orbit haben und dann entscheiden wir ob wir wieder zurückfliegen eine zweite Mission machen würden oder aber hiermit weiterfliegen so gucken wir dann noch irgendwas zu überlegen irgendwas gravierendes vergessen back to you ich glaube jetzt nicht wirklich, ne Scones haben wir überall drauf aerodynamische Teilnahme drunter Hitzeschild haben wir auch ja soll es erstmal gut sein so denke ich gut abgespeichert haben wir nochmal nochmal machen ich denke mal das soll es für die Folge aber auch dann sein ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss damit ihr von au